Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr noch mal kurz reinschaut. Das Jahr neigt sich dem Ende und ich stehe hier gerade so rum mit meinem Versteck. Es schneit ganz doll, das könnt ihr ja sehen. Ich habe ein Lagerfeuer entzündet und wärme mich daran. June, Meisterin der Verhüllung, ist auch da und ich habe gedacht, ich mache einfach noch mal ein kleines Video. Und ich möchte mich auf diesem Wege einfach mal für das letzte Jahr bei euch bedanken. War schön, wirklich, also zumindest hier auf YouTube. Das ist dumm rum, da war es ja ein bisschen auf und ab, aber so hier tatsächlich mit euch in unserem klitzekleinen YouTube Path of Exile, was auch immer. Universum war es eigentlich immer schön mit euch und dafür möchte ich einfach mal Danke sagen. Ich möchte euch auch schöne Weihnachten wünschen, also im Rahmen der Möglichkeiten. Einfach jetzt, müssen wir ja alle notgedrungen das Beste draus machen. Ich wünsche euch, wie gesagt, wunderschöne Weihnachten und ich wünsche euch auch einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Ich würde mir ebenfalls wünschen, also das wünsche ich mir, dass ihr oder wir vielleicht auch einfach alle gesund bleiben und uns gesund und munter in 2021 wiedersehen. Ja, das soll es glaube ich auch gewesen sein. Viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Also Leute, haut rein. Lasst es euch ein paar Tage richtig gut gehen, so gut es eben geht, so gut man es eben auch machen kann. Und wir sehen uns wieder. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.